So, what's next? Na gut, das nächste Spiel ist Lazio gegen Frankfurt. Du spielst... Inter! 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 Abschiedsmatch! Achso, die sind abgestiegen, oder? RIP! Beide Inter-Mannschaften eigentlich, kommt es mir jetzt erst! Ah ja? Also ich habe kein anderes Trick, aber ich habe nur blau! Na dann, nimm den blau! Ja, wie schaut es bei den drei Teams so aus, Alter? Da kommen wir nur zum Lazio Dreimal im Achtelfinale ausgeschieden, zweimal im Viertelfinale, einmal im Halbfinale Frankfurt einmal gewonnen und viermal im Achtelfinale ausgeschieden Läuft! Läuft! So, können wir schon was testen für nächstes Mal? Wenn es so bleibt! Was meinst du? Ja, weil die Spieler so haben! Achso, ja! Kann man ja auch formationstechnisch so testen! Also ich hoffe doch nicht, dass da irgendwelche dann... irgendwelche Topstars auf einmal weg sind! Scheiße! Na ja, wer redet ja von weg sind! Was meinst du dann? Vielleicht werden sie geangelt! Achso! Ja, Milan habe ich mir auch schon eingeschaut, aber ich weiß nicht, welche Spieler alle jetzt bei dir spielen! Wohaaa! Ha! Wohaaa! Oh immer schön gewesen! Das war's natürlich gewesen. Das wär bitter gewesen, das wär fixer der Tor als Tunis gewesen, aber nicht meine Mannschaft. Zum zweiten Mal schon dann. Ja. Oh. Hm. Ciao. Oder? 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 Nein. Der war perfekt. die mobile 12 nummer 6 aber nicht da kann so Danke. Danke. Huuuuhu. Huuuuhu. Schess. Oh, ich hab fast gedacht. Hahahaha. Na, meine Freunde. Oh. 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 wachter billiger und stoff macht es am 15 jährlichen treffer gesamt zum dritten und war von den tun abgestochen das war das war jetzt nicht schießt nicht mehr braucht glaube ich ich habe auch schossen was passiert abweiler vor die stände leute in die bild ja nein nein du schießt einfach nicht wenn ich mich nicht immer schießt ist keiner trotzdem macht schuss da bin ich andere waren zum beispiel der eine ist letztes auch gesagt fast seit nichts mehr überglückt bei mir ist ja auch nicht imaner war ja gut aus passiert Und das ist jetzt eigentlich die erste Mannschaft, die in einem Finale war, oder? Und ausgeschieden ist es. Also, ausgeflogen ist. Aber leider, und du nie zu spät. Nur das so. Ich spiel doch nicht so schlecht. Ja, ich sag mal, das ist uroisch gelaufen. Ich glaub, schlechte Spiele hatten sie auch nicht in der Gruppenphase. Okay, ich mein, sie haben hoch verloren. Einmal. Einmal. Aber dass sie da gleich abstellen, dass sie das nicht mehr da reißen, weißt du, was ich meine? Das war bitter. Oh! Danke. Schosse. Oh, ja, dann geht's sowas. Luxi. Mobiles 20. Assist. Oh, Gott. ball ohr stark mit risiko ja aber das heißen starker in der verleiher so nein das gibt es nicht weiter wuxi steht wieder teuer wirklich wie der hosina oder der auch nicht so sehr kalten immer kann das auch nicht machen hat der lich ein upgrade kriegt oder ist ja so stark wie der starke ist zweimal verpasst leider weil er ein jahr habe ich in sowie nicht spielen gehabt also nicht so oft da ist auch latio ausgeschnitten in der gruppenphase dann hast du melancho service gekauft dann habe ich was eh mehr probiert und dann hat er aber bändner gewonnen und dann war er nicht schnell berechtigt ja vier null spiegle ich auch nicht die chance wieder also es ist nicht so dass man sich abschießen lasst und zu nichts kommt aber jetzt vom spielerischen her finde ich ist das mittelfeldige tot dahinter ja jetzt so in dem spiel ich weiß jetzt die anderen bei den ich immer siehst du wieder noch was vielleicht ist die neue formation doch nicht so ja ich glaube vielleicht ist es auch an den spielern ich weiß doch nicht die wir haben es also mit anderen spielern ja vielleicht liegt es an den spielern im mittelfeld ich habe vielleicht das loch da zu groß gemacht wie gesagt es fällt mir jetzt nur in dem spiel auf ich weiß nicht wie die gruppenphasen spiele waren aber irgendein problem muss gegeben haben weil defensiv ist hier zum beispiel stark und goalie ist auch stark ja da geht offensiv nix ich weiß noch mal drauf treten nein überfällig gibt es nicht die mobile Jetzt muss man es nicht zweitverklickt. Ist das eine andere Formation? Nein. Nur ein bisschen zurück zum Bespieler. Ist er. War wieder ein Loch. Nein, der ist da nicht optimal. Das ist das eine andere Formation. Nein. Bis jetzt hat er es nicht eingespielt, das was ich da für den Spieler hinblätterte. Na. Für die Kart. Das ist das mit ihm. Jetzt spielt er mal nichts. Ah. 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 Ohhhh! Was?! Der war doch drinnen! Nein, der war draußen! Oh ja da! Scheiße! Ich hab eigentlich gedacht, das geht sicher aus, dass der Gulen nicht raus haben muss, aber... Da war er doch ein bisschen schneller! Ohhhh! Du kriegst den Scheiß lieber nicht zusammen, oder? Ja, wie im hohen Bars einfach. Und wir schießen! Ja, in dem Moment irgendwie... ... hohe beste Beherrschung... ... aber dem Schuss habe ich aber nicht... stehe auf das ist der ganze mittelfall ist immer offen ich habe jetzt eine andere formation wo soll ich kompakt da ist ja damit seine spieler vielleicht muss er nicht an der formation sind dank der last minute auf er statt gelsen martinez sticht auch wieder beide aus krankow als ein kandidat nein gescheißen alter schon wieder ein scheiß abstabert das gibt es ja nicht die kieße der ziel der fahr hier 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 Oh ja da, oh ja da. Oh, der springt nicht drüber. Siehst du wieder anpassen, mittelfeld, zack. Und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Ja, warte, du kannst auch schon ein Ticket buchen. Oh ja.